Hallo liebe Zuschauer, wir melden uns hier heute in aller Herrgauzfrühe aus der Löwenapotheke in Barleben. Grund ist, für Risikogruppen, so ist es jedenfalls definiert, gibt es in den nächsten Tagen FFP2-Schutzmasken. Zuständig für unsere Gemeinde dafür ist der Apotheker Korn, Inhaber der Löwenapotheker. Herr Korn, eine FFP2-Maske, was ist das Besondere daran? Wir stufen die Masken unterschiedlicherweise nach der Filterleistung ein. Sprich, die FFP1-Maske hat eine Filterleistung in etwa von 80% gegen Partikel. Die FFP2-Maske, die jetzt zum Einsatz kommen soll für die Risikogruppen und für die Ü60, so nennen wir die Kategorien, hat eine Filterleistung von ca. 95%. Und dann haben wir natürlich noch die FFP3-Masken, die für das medizinische Personal vorgesehen sind, die hat eine Filterleistung von ca. 99%. Es geht also jetzt um die FFP2-Masken. Aufmerksame Beobachter haben gesehen, unsere Bundeskanzlerin ist im Kreis der sie umgebenden Politiker die einzige, die eine FFP2-Maske trägt, regelmäßig. Wahrscheinlich hat sie auch Gründe dazu, sie trifft viele Leute. Wer bekommt jetzt diese kostenlose Maske, die ja aus dem Bundeshaushalt finanziert wird? Im derzeit vorliegenden Referentenentwurf vom 9.12. sieht die Bundesregierung vor, dass alle, die über 60 sind, eine FFP2-Maske bekommen sollen. Und dann, Herr Richter, kommt der Liste. Ja, lesen Sie es ruhig ab. Dann kommt noch ein Patient, die durch eine Risikoerkrankung haben. Und das sind zum Beispiel chronisch obstruktive Lungenerkrankungen oder Asthma-Bronchiale, also alles, was mit der Lunge zu tun hat. Dann chronische Herzinsuffizienz. Die Betonung liegt immer auf chronisch. Chronische Niereninsuffizienz. Dann cerebrovaskuläre Erkrankungen, insbesondere Schlaganfall. Dann den Diabetes mellitus Typ 2. Zu beachten, nicht Typ 1. Kann ich nicht nachvollziehen. Gut. Aktive, fortschreitende und metastatierende Krebserkrankungen. Und stattfindende oder bevorstehende Therapien, welche das Immunsystem beeinträchtigen kann. Dann natürlich Organ- und Stammzellentransplantation und Risikoschwangerschaften. Also für alle Zuschauer, die das jetzt nicht so schnell verstanden haben, werden wir unterhalb dieses Beitrags noch einmal den Link festlegen, wo Sie sich die Wortlaut des Referentenentwurfs runterladen können. Jetzt zum Prozedere. Ich habe gesehen, Sie haben das hier in der Apotheke in der Ebendorfer Straße. Das ist die Ausgabestelle hier in Barleben. Haben Sie schon ein bisschen was vorbereitet? Wie genau muss man sich das vorstellen? Wir haben uns dazu entschieden, das an einem Standort zu machen. Der Hintergrund ist folgender. Wir können hier in der Ebendorfer Straße bis zu vier Patienten gleichzeitig in der Apotheke bedienen aufgrund der Größe und der bestehenden Eindämmungsverordnung. Das können wir auf dem breiten Weg im Moment nicht leisten. Dort können maximal zwei Patienten gleichzeitig in der Apotheke sein. Aus dem Grund machen wir das hier oben. Wir haben zusätzlich in der Apotheke einen Abgabepunkt eingerichtet mit einem zusätzlichen Kassenarbeitsplatz, den wir zusätzlich erworben haben. Die Patienten können also in die Apotheke kommen, entweder mit einem Personalausweis, einem gültigen, bitte, woher vorgeht, wie alt der Patient ist. Viel einfacher ist es natürlich für unsere Stammkunden, die eine Kundenkarte haben, weil dort sind die Daten hinterlegt und im Regelfall kennen wir unsere Stammkunden und dann wird es etwas einfacher. Dann wird es natürlich etwas einfacher. Jetzt wollen Sie aber auch noch zusätzlichen Service bieten und in die Orte, die auch zur Einheitsgemeinde gehen, auch dort kommen und auch dort Masken verteilen. Das ist richtig. Wir werden morgen, also am Übermorgen, morgens Dienstag, am Mittwoch zwischen 13 und 16 Uhr im Bürgerhaus in Ebendorf sein. Und es ist angedacht, am Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr im Bürgerhaus in Meitzendorf die Masken auszugeben. Hintergrund ist, wir möchten den Patienten, die nicht so mobil sind, natürlich auch die Möglichkeit geben, ihre Masken bei uns abzuholen. Nächste Frage. Apropos nicht so mobil. Kann ich für Großeltern, älteren Nachbarn hier als Bote auftreten? Wir haben es zur Zeit so angedacht, dass also die Familienangehörige entsprechend mit dem gültigen Personalausweis des Familienmitglieds bei uns vorbeikommen und entsprechend die Masken auch austeilen. Man muss dabei bedenken, wir sollen alle Versorgungen über Ü30, wenn der Referentenentwurf morgen in Kraft tritt, dem 15., dann haben wir noch zwölf Arbeitstage bis Ende des Jahres und das wird sehr sportlich. Dafür drücken wir die Daumen auch, dass sich Sie und Ihre Mitarbeiter nicht anstecken. Also liebe Zuschauer, für die Freigabe der FFP2-Masken, finanziert aus dem Bundeshaushalt, ist hier in Barleben alles bestens vorbereitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017